Hallo liebe Zuse, herzlich willkommen bei Panther Ray. Heute mit Stefan über das Thema, wie wir jungen Menschen, heranwachsenden Menschen helfen können, besser im Leben zurecht zu kommen. Viel Spaß mit der Sendung. Ja, hallo Stefan, herzlich willkommen bei Panther Ray. Schön, dass du da bist. Danke schön für die Einladung. Ja, es gibt viele, viele Gründe, dich einzuladen. Unter anderem heute auch für unser erstes Thema. Ich habe dich mal im YouTube-Video gesehen, da hast du darüber gesprochen, was würde ich meinem heutigen 17-jährigen Ich raten. Und das fand ich ein unheimlich spannendes Thema und da würde ich gerne ein bisschen näher mit dir drauf eingehen, gerade auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Und was sind denn da so die Themen, die dich aktuell umtreiben, die dir wichtig sind, gerade für unsere Jugend? Ich glaube, als Jugendlicher muss man sich eine Sache erstmal bewusst machen. Und zwar, das Leben geht nach vorne und man braucht immer so ein bisschen Vertrauen, dass entlang der Geschichte schon irgendwas entstehen wird. Und wenn ich mir die heutigen angucke, die heute Jungen, dann haben die auf der einen Seite unendlich viele Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Regeln und ganz viele Presets im Kopf, ganz viele Programme, das macht man so und so und so. Und also da war ich damals in meiner Jugend echt noch ein bisschen freier und habe manchmal jetzt richtig Schiss auch um junge Leute, die sagen, ich muss das und das studieren, genau die und die und die Karriere. In einer Welt, in der Wissen explodiert, die hochvolatil ist, wo sich Dinge verändern, glaube ich, braucht es heute viel mehr als früher Vertrauen, den eigenen Weg zu finden. Und das ist halt ein bisschen schräg, weil diesen eigenen Weg findest du nicht, weil dir ein Lehrer was sagt oder ein Ausbilder was sagt oder ein Arbeitgeber was sagt. Sondern das ist heute, was du heute brauchst, ist viel mehr Reise nach innen, Kompetenzen, wer bin ich wirklich, was will ich, was für Stärken habe ich, was für Interessen habe ich. Und so diese innere Stimme laut drehen, schwierig natürlich in der Welt, Social Media, Ablenkungen, alle möglichen Plattformen, alle möglichen Regeln. Also ich glaube, dass wir heute noch eine größere Herausforderung haben als früher. Was würdest du denn uns jungen Eltern oder Eltern generell, aber vielleicht auch dem einen oder anderen Lehrer, Pädagogen raten, mit der Situation umzugehen? Wie können wir denen helfen, dass die vielleicht sich auch schneller auf diesen schnellen Wechsel einstellen können und nicht diese alten Muster weiter mit sich rumschleppen? Also Eltern oder Lehrern würde ich im Kern sagen, Leute, macht euch locker. Ihr habt keine Ahnung, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, in 20 Jahren, in 25 Jahren oder noch länger. Und die wirklichen Stärken von jungen Leuten, die liegen heute darin, dass sie sich erfahren. Und das liegt auch häufig neben den Systemen. Also es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass du in der Schule jetzt die super Noten hast. Oder dass du deinen einen Ausbildungsplatz komplett durchziehst. Sondern es ist erstmal in dieser ersten Phase des Lebens, ist erstmal ausprobieren, sich kennenlernen angesagt. Testen, 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 reisen, die Welt kennenlernen, Menschen mit anderen Kulturen kennenlernen und so weiter. Und das ist total wichtig, also in der realen Welt sich auszutesten. Und eben nicht zu glauben, man müsste sich so schnell wie möglich festlegen, um dann irgendwo eine stringente Karriere zu machen. Weil das wird sowieso nicht passieren. Also die Welt verändert sich ständig. Heißt für die Ausbilder und Lehrer, Leute macht euch locker, nehmt euch nicht so wichtig, auch für die Eltern. Glaubt nicht, dass jetzt die nächste Geschichtearbeit irgendwie total super wichtig ist. Und dass das Kind jetzt wie, gibt es so einen Typus Tennis-Eltern, die so die Kinder knechten von einer Performance zur nächsten Performance. Natürlich geht es darum, dass man Kompetenzen erlernt. Aber es geht auch darum, dass man die ganzen verschiedenen Kompetenzfelder erstmal kennenlernt. Ich nenne das mal Phase 1. Und in Phase 2, und das fängt dann auch irgendwann an im Leben, irgendwann mal merkst du, da fühle ich mich dazu hingezogen. Da habe ich Lust, da habe ich Leidenschaft, da fließt es irgendwie. Und dann ist der wichtige Schritt, dann den Schalter umzulegen und in diesem Bereich, wo du wirklich für brennst, dann auch dran zu bleiben. Und das ist auch eine Sache, die wir heute eigentlich auch den Kindern nicht beibringen. Also dranbleiben heißt auch mal die Extrameile gehen, heißt auch mal leidenschaftlich zu arbeiten, Gas geben, ohne dass man jetzt auf eine Uhr guckt, ist jetzt Feierabend oder was will jetzt mein Professor von mir. Und alle, die ich kenne, die erfolgreich sind, die authentisch sind, die erfüllt sind mit dem, was sie machen, die ticken so. Die haben ihr Ding gefunden und die ziehen das durch. Und übrigens, was ich auch sagen würde, wir müssen uns wahrscheinlich noch viel mehr von diesem klassischen Bild einer angestellten Beschäftigung verabschieden. Ich kenne so viele leidenschaftliche Unternehmer und Selbstständige, die haben fast alle am Anfang das Thema gehabt, oh mein Gott, die Gesellschaft möchte, dass ich irgendwo brav arbeite. Und wir reden über Dinge wie Sozialversicherungen, soziale Absicherungen oder der Staat oder irgendjemand muss für uns sorgen. Das brauchen wir aber nicht, wenn wir wissen, was wir können, wer wir sind, was wir wollen und wenn wir der Welt da draußen einen Nutzen, einen Mehrwert geben. Und das liegt aber in den Menschen selbst und natürlich auch schon in jungen Leuten. Also deswegen, wenn ich so einen Appell an Junge richten sollte, lebt geradeaus, habt Vertrauen, probiert die Dinge aus, wenn sie nicht funktionieren, ist nicht schlimm. Man kann mal den einen Weg verlassen, kann mal den anderen Weg einschlagen, alles ist gut. Und den anderen Eltern würde ich sagen, Leute, macht euch locker. Es geht um die Reise, es geht darum, die Erfahrungen zu machen. Ich meine, das kennst du doch auch, oder? Da landet man irgendwo mal in einer Sackgasse im Leben. Irgendwas tut weh, passt nicht, wird allzu mühsam. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, scheiße, das ist nicht mein Spiel. Und dann verändert man das Spiel und merkt, oh, da geht es jetzt weiter, das ist lustiger, das ist leichter, das kommt eher aus mir raus. Bis dann wieder irgendwo eine Phase kommt, wo du merkst, jetzt bin ich wieder in der Sackgasse. Und da bist du im dritten Set im Leben, hast vielleicht einen dritten Job, völlig anders. Und dann schnallst du erst, boah, das war sinnvoll, die erste Erfahrung gemacht zu haben, die zweite Erfahrung, weil jetzt kann ich was verbinden. Welche Kompetenzen, die du angesprochen hast, würdest du Eltern empfehlen, bewusst zu unterstützen, damit das Kind sich eben so frei entwickeln kann und gerade Dinge ausprobieren? Also erst mal das Ausprobieren an sich. Ich glaube, wir haben derzeit so eine Grundhaltung, dass wir versuchen, Fehler zu vermeiden. Gerade in Deutschland nehme ich mal an. Das ist ja auch gut. Also der Deutsche an sich hat ja von der Philosophie her, ist der Deutsche ein Optimierer. Wenn du ein Auto baust, macht es Sinn, Fehlervermeider zu sein, gerade bei der Bremse. Genau, bei der Bremse ist es total wichtig. Oder wenn du eine Maschine baust. Wir sind das Land der Ingenieure. Der Ingenieur, der konstruiert ein System und muss gucken, dass es möglichst fehlerfrei läuft. Ein bisschen pervertiert. Auf Behördenebene hast du jetzt ganz viel Bürokratie. Und in einem langweiligen Unternehmen hast du Abläufe, die seit 20, 30 Jahren starr sind und die kein Mensch mehr versteht. So, heißt aber, wir sind so trainiert, dass wir versuchen, innerhalb eines Systems bestimmte Fehler zu vermeiden. Wir wollen also die Dinge immer möglichst richtig machen. Aber dabei tun wir nicht das Richtige. Das Richtige wäre manchmal, das System zu verlassen und etwas völlig anderes zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe Medizin studiert. Ich war Arzt in der Uniklinik und habe damals geraucht wie ein Bekloppter. Und was macht man so? Man guckt sich die seriösen Therapien an. Und da heißt es Verhaltenstherapie. Du hast irgendeine psychische Störung. Man probiert Nikotinpflaster aus. Alles mögliche. Und ich merke, scheiße, ich will immer noch weiter rauchen. Das kann es alles nicht sein. Also gehst du mit Mühe und mit Kampf an dieses Projekt Rauchen auf und rauf. So, dann habe ich alles Mögliche gelesen über psychologische Herangehensweisen mit dem Rauchen aufzuhören. Alan Carr und wie sie alle heißen, diese Bücher. Und da dachte ich mir, mein Gott, was, wenn das nur so eine Art Gedankenproblem wäre. Also nur die Art und Weise, wie du übers Rauchen denkst und was du übers Rauchen weißt, sorgt dafür, dass du die nächste Kippe rauchen möchtest. Und da habe ich aufgehört, erfolgreich aufgehört und habe relativ früh angefangen, eigene Nichtrauchenseminare zu geben. Also mit zwei Freunden von mir haben wir das entwickelt. Und wir stellten fest, das gibt es gar nicht. Da kommen die Leute zu uns ins Seminar. Da sitzen dann 10, 20, 30 Leute. Ich erzähle denen, wie das Rauchen funktioniert da oben. Und die hören alle hinterher mit dem Rauchen auf. Jetzt habe ich versucht, dieses hinterher den Leuten aus meinem ehemaligen Arbeitsumfeld zu zeigen. Hallo, liebe Psychotherapeuten, liebe Psychiater, ihr braucht da keine Tabletten dafür. Ihr braucht dieses oder jenes nicht dafür. Das geht so einfach. Und das ganze System sagt einmal, das kann gar nicht sein. Auf keinen Fall. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und da habe ich begonnen, mich dafür zu interessieren, dass viele Leute, die auf neue Ideen kommen, Kreative, Genies, es gibt so viele Genies da draußen, die machen alle das Gleiche. Die gehen aus Systemen raus, die denken generalistisch, die machen hier mal eine Erfahrung, da mal eine Erfahrung, da hören auf, in den Gebieten drin zu bleiben, wenn sie merken, sie haben das Relevante geschnallt. Und dann bauen sie was Neues zusammen. Und das ist Genie. Genie ist nichts anderes, als das Vernetzen von Dingen, wo der Normalo in seinem engen Kästchen nicht mehr hinkommt. So und jetzt übertragen auf die jungen Leute heute. Was du auf keinen Fall machen solltest, zu Hause bleiben, nur vor deinem Computer rumhängen, wenn es blöd läuft, nur noch ein Computerspiel spielen, deinen Lehrern alles glauben, deinen Eltern alles glauben, bloß nicht deinen Eltern alles glauben. Also raus Erfahrungen machen, so viel wie möglich und dann der eigenen Stimme lauschen. Was mag ich denn? Was will ich denn? Und die ist halt häufig eine andere, als die, die die Eltern haben. Ja, und dann aber den Weg zu gehen, sich zu vertrauen und zu sagen, das interessiert mich, das mache ich. Du hattest ja auch schon angesprochen, dass diese ganzen, gerade so Sachen wie TikTok, YouTube Shorts und so weiter, die wir ja auch irgendwo für uns nutzen, aber auch gerade für die Jüngsten sehr, sehr ansteckend oder schon fast süchtig machen ist, dieses ganze Hochswipen, immer wieder Neuinformationen. Das ist schon eine gewisse Gefahr steckt dahinter, dass die Kinder diese eigene Stimme gar nicht entdecken können, wenn sie ständig in der Ablenkung sind. Wie würdest du da Eltern oder auch Jugendlichen, die vielleicht zusehen, raten, damit umzugehen oder sich darüber Gedanken zu machen, das vielleicht auch mal wegzuschalten, dass man sagt, ich mache jetzt mal eine Stunde bewusst nicht das Handy an. Das ist ja mittlerweile schon so, dass man bewusst das Handy wegleden muss. Wie würdest du da als Experte jemanden raten? Ich glaube, das sind einfach so kleine Entzüge. Also Handys, Social Media, das ist Dopamin, 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 ständig in der Außenwelt. Ich brauche eine neue Information. Und was du halt nicht merkst, ist, du kommst in so einen Suchtmechanismus rein. Und das kann ja jeder mal auch, das brustet kein Jugendlicher dafür sein, mal probieren, einfach mal ein paar Stunden am Tag das Handy wegzulegen. Ausgeschaltet und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf eine Aufgabe. Ich habe übrigens gar nichts gegen die Social Media Welt prinzipiell. Ich bin ein Freund davon, ich mag das auch, man kann sich vernetzen. Es gibt viele positive Seiten. Eine negative Seite, und auch hier wieder, wenn wir bei der jungen Zielgruppe sind, eine negative Seite ist, dass Menschen nicht mehr gewohnt sind, mit sich alleine zu sein oder auch Dinge in der Tiefe zu durchdenken. Also es gibt Menschen, denen fällt das leichter, das sind Introvertierte, die von vornherein wissen, okay, das nervt irgendwie, das stresst. Aber auch so als Erwachsener, weißt du, dass man einfach mal sich zwei, drei Stunden Zeit nimmt, sich einfach mal nichtstuend auf den Sofa setzt oder in eine Sauna geht oder mal spazieren geht oder mal eine Wanderung macht und dann merkt, ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht, damit es mir gut geht. Also das heißt, eigentlich ist das so ein Suchtmechanismus. Dopamin, Dopamin, hier ein Kick, da ein Kick, dort ein Kick. Und sobald es mal still ist, kommt ein leere Gefühl, Langeweile. Und dann musst du das füllen. Dann rufst du einen Kumpel an oder stürzt dich in irgendein Drama rein oder so. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen auch der heutigen Zeit, dass wir diese innere Ruhe, die man früher haben konnte, also als ich groß geworden bin, gab es das nicht. Wenn wir im Wald gespielt haben, dann wussten die Eltern nicht, fällt da jetzt vom Baum oder das gab es nicht. Das war ja auch ein wichtiger Reifeprozess, nehme ich an. Mega. Und man ist ab und zu vom Baum gefallen. Und man ist nicht, in der Regel ist nichts Schlimmes passiert. Aber dieses Erleben haben viele heute nicht mehr. Und das finde ich auch ein bisschen tragisch. Kann ich auch übrigens allen Erwachsenen sagen. Macht euch bitte klar, ihr steht auf, ihr seid von morgens bis abends unter Strom, unter Volldampf. Da ist die Familie, dann sind die Pflichten, da ist der Arbeitsplatz, dann muss eingekauft werden, dann muss die Bude gemacht werden, dann muss gekocht werden, die Kinder ins Bett und so. Ja, wann haben wir denn mal Zeit, zur Ruhe zu kommen? Und das ist dann ein bisschen witzig, wenn ich dann so in die, es gibt auch die Gegenbewegungen, also Yoga, Meditation, Achtsamkeit, wo die richtigen Werte eigentlich herausgestellt werden. Das ist toll, nur im Prinzip reicht für die meisten, wenn die sich angewöhnen würden, Zeiten einzubauen in ihrem Leben, wo sie einfach mal die Fresse halten. Also einfach mal Klappe halten, runterkommen, nicht sich ablenken lassen. Ich selbst, wie ich war, unter anderem deswegen mit einem Wohnmobil durch die Gegend. Also wenn ich jetzt Vorträge habe oder Interviews oder Seminare, ich will nicht in die Deutsche Bahn, ich will nicht neben eben jemandem sitzen, der ein Gespräch anfängt, ich will nicht mit der U-Bahn fahren, ich will nicht in ein Hotelzimmer einchecken, weil das ist alles Ablenkung. Wenn du dich aber zu Hause reinsetzt in dein eigenes Bude und sagst, okay, ich fahre jetzt, was ist, ich gehe jetzt hier von Köln nach Leipzig. Das sind fünf Stunden Autofahrt. Und diese fünf Stunden Autofahrt, bitte keine Ablenkung da draußen. Kein Gewese, kein Gedöns. Und vielleicht auch unterwegs irgendwo anhalten und wandern gehen oder spazieren gehen. Wenn du solche Zwangspausen in deinen Alltag einbaust, dann hast du nicht diese Stresssucht, dieses Drama, dieses ich muss mich um dies kümmern und um jenes. Und das gibt eine andere innere Klarheit. Und auch das kannst du auch schon in jungen Jahren lernen. Das heißt, wenn wir Eltern haben, die zusehen und sagen, Mensch, ich will nicht den gleichen Fehler machen wie, oder das Denken, ich denke, ich weiß, wie es läuft, aber in Wirklichkeit wissen wir gar nicht, wie es läuft, weil wir wissen nicht, wie sieht die Zukunft aus. Was sind denn gute Techniken für unsere Kinder, um die mal aus diesem System rauszuholen, dass die mal was komplett Neues, anderes erleben? Was würdest du da anraten? Also jetzt beispielsweise, wenn du sagst, aus dem System rausholen, finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Mein Sohnemann ist elf und ich gehe jetzt demnächst mit dem nach Mexiko auf einen Retreat. Und wir werden völlig anders leben. Das wird ein Dschungel-Retreat sein. Und da klettert vielleicht mal eine Spinne rum oder sowas. Also ich denke, das kennt jeder. Wenn man mal komplett seine Umgebung verändert, ist das schon mal sehr, sehr hilfreich. Also dass man irgendwas macht, was dem normalen Leben entgegensteht. Dass man sich zwingt, sich aus seinem üblichen System einmal rauszubewegen und etwas völlig anderes macht. Und da muss jeder einfach gucken, im persönlichen Rahmen, was ist da möglich. Aber das geht. Wenn wir diese erste Phase des Auslebens und so weiter, des Ausprobierens, woran merkt ein Jugendlicher, dass das schon die Richtung für ihn ist, die passt? Also was sind da die Indikatoren, dass man sozusagen jemand, der da nicht so das Gefühl hat oder die Erfahrung, oh, das könnte meine Richtung sein. Was sind da die Punkte? Lust, Leidenschaft, Liebe, morgens aufstehen, sich freuen auf das, was man tagtäglich macht, es nicht als Arbeit empfinden, Gegenpol, keinen Bock aufzustehen, die Stunden zählen, wann ist der Arbeitsplatz endlich vorbei, hab keinen Bock, das zu studieren, fällt mir schwer, mich für die Klausur vorzubereiten, interessiert mich nicht, aber ich muss es machen. Also ich sag mal immer so, wenn wir allzu verkopft glauben, wir müssten jetzt irgendetwas machen, um etwas zu erreichen und das mit Mühe und Widerstand machen, in gewissem Rahmen muss man das im Leben hin und wieder, aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist es der komplett falsche Weg. Also ich sag mal so, bei mir zum Beispiel war das so, schon mal, ich sitze jetzt hier und ich quatsche und ich mache jetzt seit 20 Jahren, mache ich Seminare, Coachings, Trainings und so, ich hatte immer den Glaubenssatz, Stefan, du sprichst zu viel, sei bitte, halt dich zurück und du musst erst noch viel mehr lernen und so akademische Titel dir ansammeln. Also habe ich ganz brav studiert, bin Doktor geworden und so weiter und so fort und habe dann in dem System gemerkt, naja, aber jetzt müsstest du noch so und so viele Jahre weiter und ein Facharzt und dann musst du Professor werden und irgendwann mal, wenn du alt genug bist, dann darfst du dich hinstellen, mit der Autorität deiner erlernten und staatlich geprüften Qualifikationen den Mund aufzumachen. Das hat bei mir Ewigkeiten gedauert, bis ich geschnallt habe, nee, warte mal, deine eigene Stärke ist ja offensichtlich das über etwas reden, was andere Leute interessiert. Und das machst du eigentlich dein ganzes Leben schon, nur darfst du es, erlaubst es dir nicht. Und in dem Moment, wo ich das geblickt habe, war klar, ey, du bist ein Trainer und ein Coach. Du bist einer, der sich irgendwo hinstellt und den Leuten irgendwie Wissen zusammensammelt und den so vermittelt, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden. Und ich weiß, damals in meinem Arbeitsumfeld, in meinem vorherigen, in der Klinik, wie viele Leute gesagt haben, was, du machst jetzt Trainer, Coach, aber du bist doch gar nicht habilitiert. Das kannst du doch gar nicht. Und woher weißt du das? Dann sage ich, ist mir scheißegal, ich produziere der Reihe nach erfolgreichere, glücklichere Menschen. Und jeder hat sowas. Also jeder hat irgendeine Stärke, irgendeine Leidenschaft, irgendeinen bestimmten Bereich in einem drin, den man wachküssen muss oder bemerken muss. Auch faszinierend. Viele wissen ja gar nicht, was ihre eigenen Stärken sind. Absolut. Ja, also wenn du irgendwas gut kannst, dann ist es ja auch irgendwie klar, dass du es nicht merkst, weil du kannst es ja gut. Und dann versuchst du, dich woanders irgendwo nachzujustieren. Also angenommen, eine Seminarteilnehmerin mal vor einiger Zeit hat eine Hammerstimme gehabt. Die hat aber einen Bereich gehabt, wo sie gearbeitet hat, wo sie mit Mühe und Arbeit und Kraft und Schweiß versuchte, besser zu werden. Sag ich, weißt du, was deine Kernkompetenz ist? Du hast die schönste Stimme, die ich seit, weiß ich nicht, ewig gehört habe. Mach doch irgendwas mit Stimme, Synchronsprecherin, Audiodateien besprechen oder sowas. Und der klappte die Kinnlade runter. Die Frau war Mitte 40 und der hat das noch nie jemand gesagt. Der hat das noch nie jemand gesagt. Furchtbar. Und jetzt baust du auf sowas dann eine Existenz auf. Und ich glaube, das ist was wir können. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir wissen, was wir können. Wir dürfen andere Leute fragen. Was ich manchmal in Seminaren oder Coaching-Scannen mache, ist, schreib mal eine WhatsApp an deinen Freundes- oder Bekanntenkreis. Hallo, ich beschäftige mich gerade mit meinen Stärken und habe gerade erfahren, ich weiß nicht, was die sind. Was kann ich denn in deinen Augen besonders gut? Und dann wirst du Dinge erfahren, wo du wirklich überrascht bist. Was, echt? Ich? Wahnsinn. Also je früher dieses Schärfen kommt, dieser Blick für das, was man kann im Gegensatz zu anderen, desto besser. Freunde können einen oft ja auch viel besser einordnen, einschätzen, als man sich selber. Die haben ja diese gewisse Objektivität, wenn sie einen gewissen Abstand haben, logisch. Gab es bei dir damals eine Initialzündung? Hast du dich mit einem Coach getroffen, der dich so auf die Idee gebracht hat, jetzt lebt doch dein Traum? Oder war das eine eigene Sache? War das irgendwie mal im Urlaub? Es ist ja oft so, dass man, wenn man mal auch rauskommt aus dem Alltagstrott, zwei Wochen vielleicht irgendwo ist, man macht mal mal nichts, dass dann doch der Moment entsteht. Also bei mir war das eine richtig fette Lebenskrise. Und da war ich Ende 20, da hatte ich medizinisch fertig studiert, in Mindeststudienzeit, Einserabschluss, hatte aber parallel kleine Familie, Beziehung ruiniert, alles schlimm, Körper zwickte, ich habe 40, 60 Kippen am Tag geraucht, zu viel gesoffen, war null sportlich mehr, obwohl ich früher für Freunde, für Familie eigentlich keine Zeit mehr gehabt. Also so ganz viele so Knoten. Und dann merkte ich einfach, ich bin scheiße unglücklich. Und das sollte jetzt das Ziel im Leben gewesen sein? Und dann, also da war ich richtig, richtig down und habe mir dann überlegt, okay, das kann es nicht sein. Was sind so die Lebensbereiche, die wichtig sind? Und das ist Job, ja, ist aber nur einer. Das sind Beziehungen, Familie, Freunde, Gesundheit, Geld, fühlst du dich gut und so. Oder in welcher Stadt lebst du, magst du die Menschen um dich herum? Und dann habe ich eigentlich zwei Dinge begonnen. Ich habe erst mal eine ganz krasse Innenschau begonnen. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also ich, das ist immer noch so, ich schreibe jeden Tag, nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, reflektiere, was ist passiert und schreibe einfach auf, was ich getan habe. Und ich merkte dann irgendwann, dass das Leben von einem selbst gesteuert wird. Also das, was man macht, führt zu Ergebnissen. Also das da draußen ist sozusagen alles ein Ergebnis. Also wenn das da draußen scheiße ist, dann jammer nicht rum, das hast du mitgebaut. Du hast so erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, ich bin damals in diese Coaching- Weiterentwicklungspersönlichkeitsentwicklungsszene in den Buchhandel gekommen und dachte, was steht denn da in diesen Büchern drin? Und dann liest du das eine und merkst, boah, Wahnsinn, das sind ja tolle neue Perspektive. Dann liest du das nächste, das sind neue tolle Perspektiven. Und dann hat sich bei mir eigentlich so eine Art, wie so eine Art positive Sucht entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte Bücher ich in den Jahren gelesen habe, wie viele Seminare, Vorträge, Coachings und sowas ich gemacht habe. Oder also teilgenommen habe, aber auch selber dann gehalten habe. Und ich merke, dass das einfach so, also es gibt nicht diesen einen Mentor oder das mag ich auch nicht, der eine Guru, der eine Super-Experte. Weil das Quatsch. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und wir brauchen alle unterschiedlichen Input. Aber deswegen habe ich dann vor einigen Jahren auch die Plattform Gedankentanken gegründet. Heute heißt es Greater, weil wir auch einen internationalen Anspruch haben. Und das ist jetzt, denke ich, das darf ich auch hier sagen, gerade der größte deutschsprachige Speaking-Kanal auf YouTube. Und da sind wir sehr stolz darauf, weil wir richtig coole Redner, Rednerinnen haben, die richtig cooles Zeug der Welt da draußen erzählen. Und das ist ein bisschen aus dem Schmerz geboren, weil sehr vieles von dem, was wir den Leuten da mitgeben können oder auch unsere Experten den Leuten mitgeben können, Ja, das hätte ich selber auch die ersten drei Jahrzehnte gebraucht in meinem Leben. Ja, ja. Also es ist ja auch toll und beeindruckend, wie ihr dann euer Wissen auch an die Jugend schon so früh weitergeben könnt, gerade über die Kanäle. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die junge Generation ist teilweise schon extrem weit in gewissen Bereichen. Klar fehlt noch die Lebenserfahrung, aber gerade durch diese neuen Medien und durch die Möglichkeiten sind die schon oft in ihren Gedanken und in ihrem Denken so viel weiter, als wenn ich dann zu mir zurückdenke. Und das ist natürlich auch eine Leistung. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Social Media, gut oder schlecht, kannst du nicht sagen. Richtig. Es kommt einfach darauf an, worauf du deinen Fokus richtest. Also das ist, das ist wie in einem Studio, hier sind Videokameras und das ist einfach wichtig, ob die Kamera jetzt auf mich gerichtet ist, wenn ich spreche oder wenn er sagt, nee, das Buch darunter ist irgendwie netter und er fokussiert das Buch. Wir haben unsere, hier, das kommt gleich im Zweiten. Wir haben ja alle unsere mentale Videokamera, mit der wir durch die Welt laufen und ich kann mich jetzt auf Probleme fokussieren oder auf irgendwas, was schlecht ist. Wir haben auch eine innere mentale Kamera, ja, das ist schiefgelaufen, das kannst du nicht, das jenes kannst du nicht. Auch ein Fehler, gerade in jungen Jahren, wenn du noch nicht erfahren hast, was du kannst, dann fokussierst du dich häufig auf den Niederlagen und auf die Schwierigkeiten. Aber die haben wir alle. Jeder Mensch hat Schwierigkeiten oder hat Macken oder hat Schwächen oder hat dunkle, tiefe Seiten. So, man kann dann aber auch sagen, okay, was mache ich jetzt draus? Hat wehgetan? Aha, lerne ich, war eine Erfahrung. Nicht aufs Selbstbeziehen, ich bin doof, schlecht, dumm, kann was nicht, auch wenn einem das manchmal Eltern oder Lehrer oder auch Freunde einreden, sondern worauf fokussiere ich mich? Und dieses wahre Glück, das lernst du, ich interessiere mich zum Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung oder ich interessiere mich dafür, sowas zu erzählen. Andere Geschichte, ich habe vorhin, das war eine echte Zeit, da ging es mir richtig, richtig scheiße. Ich habe auf einer Depressionsstation gearbeitet und noch als Arzt auf einer Depressionsstation und ich war energetisch zero. Also das war nicht mehr ich und ich bin morgens aufgestanden und dachte, Alter, was ist los mit dir? Und ich habe mein ganzes Studium über ein Hobby gehabt, so freie Moderationen, Event-Moderationen, Messe, Autohauseröffnungen, irgendwelche Karaoke-Partys, also kreuz und quer. Und das war immer lustig, das hat Spaß gemacht. Und dann war ich dann Arzt und hatte das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, diese Moderationstätigkeiten, weil, war ja nur ein Hobby, ist ja nichts Seriöses, ist ja keine echte Arbeit. Und dann hat ein Freund von mir damals gesagt, Stefan, ich plane ein großes Event, eine Woche Moderation, komm, nimm dir eine Woche Urlaub und mach da mit. Du bist unser Moderator und ich dachte, darf man das machen als seriöser Arzt und so und habe ich dafür noch die Energien und so. Lustig, ich kam auf dieses Event vom ersten Moment an angeschaltet, mit den Leuten gefloat, Spaß gehabt, am Ende der Woche, wie in so einem einzigen Flow, das ging so durch, am Ende der Woche dachte ich, jetzt gehe ich wieder in die Klinik an meinem Arbeitsplatz, Energielevel runter, Probleme, und dann erstes Learning. Alter, der Job ist nichts für dich, der tut dir nicht gut. Das tut dir nicht gut. Dir tut gut, mit Menschen, für Menschen, in der Interaktion, irgendein cooles Zeug zu machen. So, und das hat jeder in jedem Bereich. Der eine ist kreativ, der nächste zieht sich still zurück und tüftelt irgendein IT-Programm aus. Und ich glaube, dafür sind wir alle auf der Welt. Also, dass wir etwas aus uns machen, aus unseren Anlagen machen, aus unseren Interessen machen. Und je früher wir das bemerken, desto geiler ist das. Und ich habe so eine Utopie. Stell dir vor, wir alle auf dieser Welt haben eine Stärke und eine Aufgabe und eine Leidenschaft. und wir erlauben uns einfach, das zu machen. Und dann profitieren ja alle davon. Ja, das ist doch super. Ja, ja. Also, ich denke, du hast jetzt vielen Eltern ein bisschen den Druck aus dem Kessel genommen, dass sie sich jetzt mal locker gemacht haben. Und wenn auch der eine oder andere junge Zuschauer zusieht, ich glaube, den entspannt das auch. Und ich denke, das Gespräch gerade beziehungsweise auch gerade deine Tipps waren für alle Seiten ganz sehr, sehr zum Vorteil. Und ich möchte mich bei dir bedanken, hier im ersten Teil, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Und ich freue mich auf das, was noch kommt, gleich in den nächsten Gesprächen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.